So, Hallöchen zu einer Neuen. Zu einer Neuen was? Hunt Showdown. Keine Ahnung, das habe ich gar nicht gehört gerade. Das war gerade bei mir nur so, hallo und willkommen zu einer Neuen. Oh, okay. Bin ich vielleicht abgebrochen heute? Ja, irgendwie schon, ja. Ja, Hallöchen und das sind gleich zwei... Wo warst du denn? Was? Hast du gegen den Griff, Spritze? Ja. Ja, ja. Die nehmen wir mit. Wie das ausschaut. Ah, also Skull, was tust du da? Die schreien und stöhnen. Ja, schau halt nicht hin. So, wo müssen wir hin? Da kann auch vor uns. Sie war für dich, ich habe jetzt relativ wenig Schuss. 15. Meiner hat nur 7. Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Äh, was ist denn das für ein Typ? Achso, ne. Passt schon. Ganz normaler. Sagt gerade irgendwie so neu aus. Das ist gleich hier eins. Das ist ganz gut. Das können wir uns gleich gönnen. Ich bin doch zu unvorsichtig. Ja. Ja. Oh, kann ich mal helfen? Kann ich mal helfen? Lalalalalalalala. Wow, ist noch viel. Oh, schau. Ich habe gerade keine Ausdauer. Warum die Hunde? War das jetzt wegen uns? Weil die sind schon weit weg, die Hunde, ne? Oder? Ja. Das läuft passend. Hier haben wir ein paar Schüsse geguckt. Wo war der Hinweis? Wo war der Hinweis? Oben? Nee. Ach, fuck. Ganz woanders. Oder? Nee, das... Oh, ober. Ja, das... Ich gehe schon hoch. Gut. Nee. Wieso gar nicht. Oben, draußen. Ich fress ein Wesen, euer. Wenn ich jetzt auch weggesnipet werde, dann weißt du Bescheid. Ich werde hier noch einweilen. Äh... Schon, schon. Ich komme runter. Wow! Meine Güte. Alter. Haha, ja. Alter, ich bin um die Ecke gegangen. Das ist immer gut, weil das in unserer Nähe bleibt. Also, das ist nicht bei uns weg, sondern... Oh, Pferd halt's Maul. Peter, Leute, bitte wegschauen. Ich weiß gar nicht, wo... Ich bin hier so... Ja, warte. Ich gehe noch mal kurz ins Haus. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin sind. Dahin 225. Ja, das ist gar nichts. Was ist jetzt? Oh, hast du 225? Ja, genau. Nicht wundervoll, wenn man sich geschaut. Oh, Maisfeld. Das sind wir wenigstens safe. Aber die anderen auch. Oh, das wäre... Das wäre so hart, wenn wir hier einfach mal andere Leute entgegenlaufen. Einfach mal... Oh, da. Einfach die Laufung bei dir vorbei und du merkst es gar nicht. Und durch irgendein Replay oder sowas würde man das sehen. Boah, die Frisur. Mit der Vogelperspektive. Ja, da ballern schon welche. Oh, Alter. Ich bin gerade so leicht so schreckhaft. So schreckhaft gerade. Einmal drüber. Ich glaube, die kämpfen schon gegen die Spinne. Weil das sind beide Hinweise nebeneinander. Direkt bei dieser Kirche. Nee, die kämpfen schon gegen den schlechter, glaube ich eher. Weil Spinne ist eher... Gibt es die Viecher nicht? Haben die die Viecher rausgenommen? Oder? Ja, kommt leicht verwundert. Oder ist bei der Kirche nien es welche Viecher? Ja, eigentlich gibt es sie doch überall. Ja, die waren... Die waren eigentlich immer viel dabei. Eigentlich schon, ja. Ja, ich habe Tiergesicht leider nicht. Ja, ich auch nicht. Aber es ist gleich links. Ja, ja. Ich wohne es. Ich wohne es. Ja, gut. Das andere gleich links machen wir. Das kennt schon bei der Kirche rein. Sollen wir mal hier unten lang gehen und in die Kirche rein gehen? Ne, der andere Hinweis ist aber... Achso. Möchtest du einfach direkt rein schauen und sehen, ob die Spinne passt? Ja. Access East? Ist das verschlossen? Okay, ja gut. Weil's irgendwie ein Fell, weil das verschlossen war. Oh, aber trotzdem sind wir näher, oder? Ja, perfekt. Achso. Muss schießen, oder? Messer, 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 Messer. Messer, 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 Messer. Das ist nur ein Hund. Ich muss Blutung stoppen? Ja, aber da kommt ein Hund. Alle machen nicht so viel Schaden. Auch daneben. Ich muss auch Blutung stoppen. Aber ein Hund geht schon mit dem Messer und sowas, ohne dass man so viel... Das war perfekt, ja? Brennst du gerade, wenn wir stehen? Ja, sind wir. Weil manchmal, die Geräusche sind zum Beispiel so komisch. Ja. Lollchen. War gut, dass ich das durchgelaufen bin, was? Ja, voll. Loll. Ne. Nicht doch nicht hin. Ne, genau da, wo du nicht hin wolltest. Stimmt. Ich erkläre euch mal was. Gerade vor dem Spiel, wir sind ja hier irgendwo gespawnt. Und bevor wir jetzt gespielt haben, hat er gesagt, wenn irgendwo ein Hinweis hier unten ist, da gehen wir nicht hin, weil ich mag nicht in die Sumpflandschaft. Ich will nicht zu den Catfish Grove, hat er gesagt. Das war alles richtig eindeutig. Ich will nicht zu Catfish Grove. Und jetzt... Bam. Boah, die ist so offen. Ne Luft anhalten, geht nicht in dem Spiel, oder? Ne, geht leider nicht. Okay. Auf dem Feld links von uns ist so ein Feuerteufel. Ich weiß gar nicht, ob ich links oder rechts rennen soll. Wir sollten vielleicht ein bisschen aufpassen, weil... Es wundert mich, dass wir jetzt als erstes dort... Ne gut, die Hinweise waren echt nah beieinander. Die zwei haben auch schnell gefunden. Nebeneinander. Durch den Gang. Ja, gut. Man könnte es riskieren gegen die Spinne. Ein bisschen Feuer wieder. Einheitzen. Boah, Alter. Boah, mich hat es auch gerade voll. Der gerade aufgestanden ist, oder? Den wollte ich gerade. Nein, ich habe keine Aussage mehr. Ich auch nicht. Nein. Das war was zusammen schaffen jetzt. Okay, jetzt habe ich auch einen Lebensbalken weniger. Jetzt muss ich mich wieder heilen, naja. Aber eigentlich will ich die immer aufbewahren für Kämpfe gegen Menschen, aber... Ja, aber wenn er sich ein bisschen erwischt, dann bist du... Ah, Hater ist ein Fass, äh... Fass auf sich. Ja, ja, aber... Lass mal gucken, oder? Ja, ja, ich wollte nur sagen, dass... Ja, ja, ich habe es auch nicht. Jetzt ein bisschen defensiver, oder? Ja. Wir laufen gerade zu offen rum. Es ist nicht da, wo wir... Ne, hä, wo ist denn das? Lol. Toll, wir müssen ja irgendwie was machen. Dann gehen wir links. Hier so irgendwie... Ja, lassen wir uns einfach... Scheiße, das geht nicht. Lassen wir uns einfach Zeit. Boah. Ach, das ist voll die Zeit dabei. Direkt vor uns ist das Haus, oh Gott. Das irritiert mich wieder, dass keiner schießt. Ey, niemand. Also... Entweder sind... Profis scheiß im Trick. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, wir sind echt gute Spieler da drin, oder? Ja, was heißt echt gut? Wir schießen auch nicht und sind nicht echt gut. Also... Gut. Dann halt taktische Spieler. Die Fingers versuchen. Da sind wir graben. Direkt. Nee, danke für die Information. Gehen geschehen. Ich trau mich nicht raus. Komm. Wir sollten nicht nebeneinander laufen irgendwie. Nee, nebeneinander nicht. Wir müssen von eng beieinander... Immer so nacheinander. Ich halte auch nicht hintereinander. Ich halte auch nicht hintereinander. Nacheinander. Das denke ich jetzt. Boah, hier ist so komisch. Ich hasse es hier. Ich hasse es einfach. Ich hasse es so komisch. Ich seh das so richtig. Da sitzt wieder einer im Busch, der mich instant weghaut. Und die Vieche gibt's ja auch noch, oder? Nee. Hier, jetzt glaub ich... Nacheinander. Ich lauf zuerst, okay? Warte, ich versuch da bisschen anders zu gehen. Also das sind zwar jetzt die blöden Enten, aber... Ja, das geht nicht. Ich lauf los, okay? Ich lauf schon. Du laufst, okay. Du bist schon mal oben, oder? Ja. Dann lauf ich jetzt. Ich bin schon mal drin, irgendwo. Und hier ist ne Kasse. Das ist natürlich geil. Boah, alter hast du... Checkpoint. Ich hab das nicht mehr gecheckt, dass du da rein bist. Du schaust plötzlich hinter mir. Oh, alter. Ja. Aber da drin hat man schon mal ne richtig gute Runde, da kommt man uns gut verteidigen. Dann würde ich sagen, einfach rein mit uns, oder? Oder gibt's hier noch ne Laterne? Oder sonst? Ja, wieder? Oder nicht, ja? Ach nee. Hier sind die Laterne. Ah nee, kann ich nur an- und ausmachen. Oh, du bist ja doof. Hier ist noch mal ne Laterne. Ich mach zu, okay? Okay. Aber die kann ich auch nur an- und ausmachen. Achso. Da ist ne Falle. Soll ich mal ne Falle irgendwo vor ne Tür legen, oder so? Äh, ah ja. Äh, Köder. Köder, Köder. Achso, vor der Tür, wo ich grad bin, liegt ne Falle, okay? Jawohl. Nee, das sind doch keine Klarscheiben. Sorry, ich hab das Falsche dabei. Alter, ich bin dir voll in die Fresse gelaufen, der Spinne. Oh, hier ist morgen. Ach, fuck. Vorsicht, Vorsicht! Na, mach. Ich skipp's nicht, ich bin's ja tot. Ey. Da heil ich mal hier. Aber ich hab nur noch einen Heal. Ich kann mich grad nicht selbst heilen. Steht, aber ich vergiftet bin. Jetzt. Achso, ich hab Anti-Gift-Schputze. Das werde ich dann fuck verstopfen. Einmal erwischt. Diese. Ist es grad hier richtig dumm zu kämpfen? Ja, ich mag die auch. Wow. Wow, 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 wow. Alter. Genau da, wo du bist, ist ne Laterne, die ich abschießen, ne? Genau. Okay, dann leg ich durch. Also die hat noch gar nicht mehr so viel Leben verloren, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich tue mal meine zweite Aufhörer raus. Nein, die ist wieder direkt von mir, das gibt's ja nicht, ne? Das kann's nicht sein, ehrlich. Ich bin jetzt echt, ich bin gleich tot. Ich sterb gegen mich. Die, die springt immer von oben, runter. Achso, scheiße, du bist vergiftet. Zack, wenn du nicht mehr vergiftet bist. Jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. Loll. Loll. Ich seh's ja nicht! Nein! Ich bin tot. Loll, ich hab dich grad gehauen. Ich seh die, ich, also echt, unwiss, ich hab da grad richtig Schwierigkeiten gegen die zu kämpfen. Ich seh die nicht, die kommt immer so instant, zack, von oben tot. Ich seh die nicht einmal. Schon wieder! Bitte töte die mal, ich hab, ich, ich kann nicht kämpfen. Es geht nicht. Boah, fuckerle. Voll die Probleme gerade. Krasse, Spinnen! Schießt du, Kupferlo? Ja, ich hab's auf die Laterne gezogen. Ey, ich bin schon wieder vergiftet! Ich hab die nicht, ich seh die nicht! Du läufst immer in den Giftdingen da rein. Also ich bin grad richtig in den Postkopf hier. Ah, sie ist wieder, sie ist wieder in die Flamme gelangen. Glaubst du, man soll's vielleicht mal mit dem Hammer versuchen? Glaubst du, das muss man schon? Ist nicht? Ne, ne, da kommst du. Geh doch mal weg, weil ich mag hier alles anziehen. Achtung! Genau wo du stehst! Na gut, da muss ich aber in die andere Richtung noch rennen. Na gut, aber das bringt nichts. Ja doch, weil sie auch schon mal reinrennt. Vor allem wenn du dahinter stehst oder so. Und ich kann wahrscheinlich da jetzt nicht wegkla- Oh, 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 oh. Sie ist fast tot. Also mich darfst du echt nicht mehr anspringen, weil... Lassst du mich beim... Also ich bin noch nie beim Bosskampf gestorben, ne? Noch nie bei der Spinne. Das ist ja richtig... Leck mich! Hier ist voll auf mich abgerissen. Das kannst du nicht so... Ich hab sie, ich hab sie. Aber ich bin gleich tot, also ich verringte halt. Oh, ich glaub ich hab volles Leben wiederbekommen. Perfekt. Gut, da ist zu. Da kommst du rein, da vorne hast du eine Falle hingelegt, ne? Ja, zwei, drei sogar. Also lauf der ja nicht hin, oder? Da jetzt, genau da. Hier, da, drei Fallen. Drei offene. Dann... Hier muss man aufkurbeln. Können sie hier hochkommen? Nee, können sie nicht hoch... Sie können nicht hochkommen, aber... Sie können... Hoch was... Hochwerfen. Also hier vielleicht nicht so verschanzen. Also gibt's eigentlich nur hier den Eingang. Gut, dann tue ich einfach hier mal... ...meine Bombe hinziehen. Hier gibt's ja wirklich keinen Eingang eigentlich. Nur hier, wo wir reingekommen sind. Ja, und hier ist noch einer, den müssten sie aber aufbrechen. Genau, das wär... Das wird mir hören. Alter, richtig gut zu verteidigen grad. Oh, eigentlich können wir beide aufgehen. Eigentlich müssen wir so lange warten, bis einfach jeder tot ist. Weil jetzt haben wir einen richtigen Vorteil. Richtig offen, das besteht die Chance, dass von anderen Leuten vielleicht abgeschossen werden auf dem Weg hier. Und hier ist gleich ein Ausgang, wenn's will. Geil. Ich bin zwar fast verreckt beim Spinnenkampf und hab mich viel beigetragen, aber... Aber hier zu kämpfen gegen die Spinne, das ist so ekelhaft, weil die die ganze Zeit oben auf der Decke ist. Und du kannst einfach nicht hoch gucken und dann springst du ja plötzlich von oben runter. Aber ich glaub, hier haben wir schon mal gegen den Schlechter gespielt, könnte sein. Das war auch... Was eng hier ist, also das ist generell richtig schwierig. Das ist ja voll ein kleiner Raum eigentlich. Ja, es ist zu einfach zu verteidigen. Aber wenn in dem Moment andere Spieler reinkommen, dann bist du im Arsch. Komisch, dass der Schlechter nicht verbannt wird. Ja gut, wir waren relativ schnell, oder? Ja, naja, aber... Ja, da war es ein anderer eigentlich schneller. Naja, eigentlich schon. Schauen wir mal. Wo wär denn der Schlechter? Ja, der wurde halt schon echt ganz unten, ne, in der Ecke. Eigentlich sind wir die genau dort, wo wir gespawnt sind, ne? Wir eigentlich nur runter müssen. Einmal durch eine halbe... Ja, obwohl es geht sogar. Stillwater Band, dann Kirche... Ja, das lustige ist, da wo wir gespawnt sind, haben wir gesagt, dann gehen wir nicht hin. Wären wir da hingegangen, wären wir jetzt sofort da gewesen. Wäre gleich der erste Hinweis gewesen, oder eigentlich? Ja. Meine Güte. Na gut, so haben wir wenigstens die einzelnen Punkte für Hinweise gefunden. Naja, genau. Und ob es was... Boah, Alter, das ist gefährlich hier gar nicht. Boah, das war jetzt echt gefährlich. Oh, Lichert. Weil ich stand zwar, also es ist zwar, aber die können ja durch die Tür, eine Metalltür durchschließen. Und ich stand zu, dass die mich voll rot zu sehen hätten können. Ja, was machen wir dann eigentlich? Sollen wir dann rausrennen, oder? Ja. Ja. Das nehmen wir doch nicht, das lässt mal warten. Warten, nimm du erstmal. Und schau. Nichts. Jo. Und der wäre direkter Ausgang, ne? Also eigentlich könnten wir einfach sofort jetzt raus. Jo. Eigentlich schon, oder? Mach auf. Mach hier mal auf, ne? Ja. Die hätten eigentlich noch Zeit. Ohne, die hätte ich gern mitgenommen. Boah, da ist ein Zeusserfeld. Oh yeah, die nehmen wir mit. Ja. Sehr gut. Vorsicht auf die Putegel, ne? Oh ja. Oh ja. Was hat der? Oh, ist schon tot. Achtung. Alter. Loll. Wow. What the fuck? Alter, was geht denn hier? Was ist denn da, jetzt geht was? Das war nur eine Hellenvollebombe, aber da waren fast daneben. Ach so, wir hören. Weil wir es nicht immer wissen, halt. Ich schau schon. Ach so, das ist nicht mehr klar. Ich überleg grad, überleg echt grad, ob wir... Ne, ne, irgendwie ist es nicht zu riskant. Ich find's zwar komisch, dass der schlechter noch nicht. Noch keiner bei uns in der Nähe, das ist für mich nicht. Keiner bei uns in der Nähe. Keiner bei uns in der Nähe. Keiner natürlich in der schlechten Verbann. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Na, da wär schon das Boot. Ja, das war's eigentlich. Loll, vor allem nicht. Oder soll man es schlechter machen? Ach, ich weiß. Wo ist der nächste? Wir könnten ja... Weil da wär ein paar Ausgänge auch, ne? Wir könnten... Es ist halt wieder Sumpfgebiet, ne? Wir könnten zur Kapelle der schwarzen Madonna hochrennen. Und von dort aus könnten wir außen rum, übers Gapa Lake in Richtung Ausgang gehen. Und wenn bis dahin noch nix passiert ist, können wir uns den schlechter holen. Und wenn was passiert ist, dann gehen wir einfach raus. Wenn was passiert ist, wenn wir nicht tot sind. Ja, ich mein, wenn die das verbannen oder so. Okay. Ja... Oder wir können jederzeit auch zurückrennen. Ich hab sechs. Du? Ich hab auch noch sechs, ne? Ja... Wir können ja auch hier... Ich schau nochmal ganz kurz. Das irritiert mich. Das irritiert mich. Und weil man jetzt keine Schüsse mehr und so hört. Ja... Aber wenn wir das halt mit nem schlecht jetzt auch noch schauen, dann kriegen wir halt richtig viel Druck. Aber ich kann mich auch nicht behind gar nichts mehr, ne? Also... Ach so... Ja gut, ich könnte mich noch... ...dreimal... Okay. Ach ne... Ach ne, halt... Ich konnte dich hervorragend nicht hören, weil ich dich geschlagen habe. Oh, okay. Hat sich gerade in der Idee ist. Alright. Schnauze. Oh, alle... Fuck. Das finde ich sogar so schlecht. Aber der wundert mich trotzdem, dass keine Leute da sind, ne? Ja. Hm. Wurde haben sie alle gesagt, oh, die Spinne wird schon verbannt, gehen wir alle zum Schlechter. Oder so, vielleicht, ja. Ja. Spinnen wir auch schon, muss ich haben. Ja, komm. Team Extortion in 10 Sekunden. Ja, aber Figi mitgenommen haben wir jetzt an. Nee, nicht wirklich. Oh, das gibt's eigentlich hinten. Das ist schade. Ja, ja. Schade. Schade. Wenigstens haben wir überlebt. Immerhin, ja. Viel ist jetzt nicht passiert, aber wir haben die Spinne. War ne gemütliche Runde. War ne gemütliche Runde, ja? War echt ne gemütliche Runde, ja. So zur Abwechslung von den ganzen actionreichen Runden. Ja. Ja, braucht man auch mal. Ja, sicher. Bist du auch noch im Ladebildschirm? Ja. Es dreht sich grad gar nichts. Doch, bei mir dreht sich wieder was. Und die Musik kommt auch wieder. Und jetzt kommt das Menü. Ah, jetzt geht's los bei mir, ja. Wir sind eher 300 Punkte für Hinweis entdeckt. Dann nochmal. Die Spinne entdeckt. Ja, doch. Ein bisschen was gibt's schon. Weil wir haben ja die Spinne gefunden mit allen drei Hinweis. Ja. Ja, schauen wir mal über 2.000 Punkte kommen. Wäre das irgendwo ganz gut drin. Ja, das haben wir. Oh ja. Das haben wir geschafft, ja. Ein 5? Achso, ja klar. Die haben wir schon dran. Ja. Oh, die zwei Fleischköpfe. Die haben nur 32. Und dann haben wir schon mal mehr geschafft. Weil er weiß noch diese eine, wo wir... Ah, wie viel hatten wir? Was war das direkt vor? Aber mit... Das war übel. 200 irgendwas oder so. 292 oder so. Ja, ja, ja. Klappt 200. Das war echt übel. Haben wir, glaube ich, auch aufgenommen, die Runde, oder? Ja, ja. Also... Ich glaube, die habe ich sogar mal hochgeladen. War schon cool. Ich glaube schon, ja. Jetzt haben wir richtig viele Punkte gemacht. Ja. Guten alten Set. Ja. Fortfahren. Also dann. Ich bedanke mich für das fürs Zuschauen und... Genau. Ich bedanke mich auch. Hoffen wir, dass die nächste Runde genauso gut läuft. Vielleicht ein bisschen mit mehr Action, aber es soll genauso gut laufen. Aber eine gemütliche Runde dazwischendrin ist auch mal schön. Ja. Gut. Also dann. Ciao. Ciao.